In Hongkong ist ein Wolkenkratzer in Flammen aufgegangen. Über neun Stunden lang mussten Einsatzkräfte das Feuer bekämpfen. Brennende Trümmer und Glut regneten auf die Straßen. Mehr als 130 Menschen, die in der Nähe wohnen, mussten das evakuiert werden. Bei dem Brand sind zwei Menschen verletzt worden. Das Gebäude befand sich noch im Bau. Und es wird vermutet, dass die Bambuskonstruktion um das Gebäude herum wohl Feuer gefangen hatte und sich die Flammen dann rasend schnell ausbreiten konnten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.